Ich hoffe, ich habe jetzt hier nicht Arschloch mäßig gespeichert. Was? Oh Gott, muss ich hier durchrennen? Habe ich verschissen jetzt? Ich flipp aus. Kann man nicht weniger springen? Dad. Ich flipp aus. Nein. 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 Man kann doch ganz leicht springen. Ja, hat das gesehen? Nein, die Bommelstrenzer hinter mir will mich ficken. Ah. Was? Oh, die Fugge hier in mich. Ich habe geladen, ich Arschkind. I'm just an ass child. Das ist ziemlich einfach. Das ist ziemlich einfach. Bitte stirb. Easy. This is so fucking easy. I can't believe in how easy this is. Safe. La 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 la. Easy. Hippie. Ich war kurz vorm Aufgeben gerade eben. Krass. But I merke now that it's all möglich. This is so easy. Woohoo. It's a me. Julio. Na na. Fuck, 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 fuck. Fuck the cock. Okay. I think it was so fucking easy. Okay, scheißegal. Also ich mache es einfach so. So, 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 so. Er kommt von hinten und fickt mich einfach richtig hart durch. Krass. Okay, ich weiß Bescheid. Ich weiß nicht Bescheid. Ich duck mich einfach wie so ein Pimmelkind. Wie? Gerade eben hat er voll die Verzögerung gehabt, die Sackratte. Okay, ich kann mir nochmal zurechtlegen, oder? Ja. Wie? Krass, er hat einfach durchbottet. Ich muss mal kurz gucken, wie hoch man generell mit dem Sack springen kann. Net hoch. Jetzt sofort. Geil. Na, das ist ja supi gelaufen. 30 Minuten nehme ich auf und bin dann einen Meter weit gekommen. Vielleicht sogar zwei. Ah, ich kriege schon einen Krämpf in den Händen. I'm gonna get a cramp from my hands. Bestes, was hat er mir da wiederge... Ah! Ah! Ich weiß nicht, wie das geht. Also, ich kann aber nicht auf die Dinge drauf springen, oder? Auf die Blume. Ach, so läuft der Hase. Ah, das ist wirklich einfach, ja? Oh mein Gott! Nein, so knapp! Wie knapp! Oder irre ich mich da gerade? Am I erring me? Is this a err by me? Ja, err, ist eigentlich für irre. Und die irre führen. Easy. 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 Easy! Das ist gar nicht so easy, wie es aussieht. Noch ein Mol! Ein Drecksau! Durch! Okay. Wo ist es? Was kommt denn da angeflogen? Aber... Dieser verfickte... Mario, dukt die schon nicht in der Luft, du alter Affearsch! Mario! Ist das immer so unerwartet, wisch? Tja, Sebastian, gib mir ruhig mal ein schwierigeres Spiel, ja? Tee drehst oder sowas, aber das ist ja wohl lächerlich. Hatswad, Takja, Lars! Meine, 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 meine Stärte. Stärte, buitzi, buitzi. Pisi? Ach, da ist schon drehtes Fickding! Ach, vielleicht kann ich mich an dem Ding hochdrehen. Hüte! Pisi. Bli, bläki, 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 bläki. Easy, easy, was Einfaches hab ich noch nicht erlebt. Voll easy peasy, ich tipp die ganze Scheiße auf, geh weg. Hene Vögel, oh ja. Ja, egal, ich hab mir den Knopf gedrückt. Ha, bis jetzt ist es so einfach. Ich hab grad mal 40 Minuten gebraucht fürs erste Level. Schau euch dieses doch sehr einfach gehaltene Level an. Hey, das ist glaub ich erst, wenn ich tot bin. Wie soll denn das gehen? Warum kommen die scheiß Delfine nicht zu mir? Damit ich irgendwie auf ihnen reiten kann. Ah, vielleicht? Hat Spaß gemacht, ja. Ha, schade, dass es nicht mehr weitergeht. Egal, für die erste Session reicht das eh. Ihr könnt ja dann sagen, ob ich es weitermachen soll. Vielleicht ist es zu behindert. Ah, ist ja ganz einfach. Ich muss, glaub ich, nur da lang gehen. Warte mal. Ah, ja. Sag mir dann bitte, ob ich das weitermachen soll. Dann sag mir, wie ich hier weiterkomme. Seht ihr? Wenn man sich Sorge aufregt, schmilzt einem das hier und dann raucht's. Na? Also hab dann viel Spaß, gell, beim Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.